Die Maloer Galerie Acrylic Age bietet durch ihre Ausstellung Interessierten die Gelegenheit, Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt kennenzulernen. Ob Polen, USA oder Japan, kein Land ist Galerist Stefan Endler zu weit, als dass es nicht versuchen würde, die jeweiligen Künstler für eine Ausstellung in Malo zu begeistern. Auch bei der Kanadierin Caroline Jean ist ihm dies wieder gelungen. Herzlich Willkommen, liebe Gäste der Acrylic Age Galerie, zur Ausstellungseröffnung. Über der stehen könnte Gesichter von der kanadischen Künstlerin Caroline Jean, die hier neben mir steht, damit ist sie allen vorgestellt. Caroline wird hier einige Wochen in Malo verbringen und natürlich auch Berlin.